Fünf Kerle. Fünf. Und keine Chance, mich durchzuschleichen. Fünf Kerle, schau dir. Ich muss, glaube ich, nur noch den töten. Ach, gut. Jetzt geht's mir sogar waffentechnisch etwas besser. Ach du Scheiße. Was für Psychos sind denn das? So. Oh oh. Ähm. So. Aha. Okay. Nein. Äh. So. So. Jetzt krieg ich mein Pfeil nicht zurück. Doch. Oh. 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 So. Oh. 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 Okay. Okay. Der ist mittlerweile auch gestorben. Ah ja. Hier komm ich her. Okay. Okay. Na. Auf der anderen Seite. so. Er ist dann wahrscheinlich über mir. Ich checke lieber erstmal hier das untere Deck. Ich will keine Überraschung erleben. So. Okay, hier ist aber auch niemand. Dann gehen wir mal vielleicht nach da ganz oben. Da müssen wir jetzt aufpassen. Also auf jeden Fall jemand. Ich habe mir Husten hören. Das sieht nach einer Fall aus. So. Gute Nacht. So, na. Ich wollte hier hin. Mhm. Okay. Ist hier wenigstens etwas. Ne, bin ja vollkommen sonst lang gelaufen. Na gut. Dann gehen wir jetzt halt mal da runter. Nein. Nein. So. So. Hat er nicht ganz so schön funktioniert. Aber wir haben es überlebt. Ich gucke lieber erstmal, was da hinten für Geräusche waren. Obwohl, das sieht stark aus. Das müsste ich da hin. Also guck mal doch lieber erstmal vorne. Vielleicht können wir da noch jemanden retten oder was finden oder wie auch immer. Mir ist zwar bewusst, dass da ein Gegner ist. Ich höre ihn ja husten. Beziehungsweise halb verrecken. Äh. Nein. Nein. Oh Gott, natürlich ist der Punkt hier oben gewesen. Wie sollte es auch anders sein? Stopp! Oh, hold up! Wir werden dir gehen, Peter! Hey, warte! Nein! Du hast ein großer Fehler gemacht! Jetzt habe ich mir ein paar Kugeln gespart, die ich jetzt da hinten benutzen werde. So. Und krieg dafür als Dankeschön ein Schmerzmittel. So. Noch eine Kugel. Ist ja schon fast königlich, was ich hier gerade an Kugeln habe. So. Ja. So. So. Bald bin ich wieder draußen. Okay. Wir sind wieder hier. Ah, ich mag diese dunklen Orte nicht. Ne, warte. Da. So. So. Jetzt nur noch vorne durch. Und dann... bin ich auf dem selben Weg wieder gegangen, auf dem ich auch gekommen bin. Das war so klar. Das war so klar. Besser. Hey, warte! Hey! Warte! Das war so. Hey! Ich hab deine Nummer, little man! Oh! Ah! 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 Panzerweste. Immerhin. Auch wenn wir jetzt verdammt viel hier verballert haben. Tschüss. So. Dann gehen wir mal wieder. Tschüss. So. Es hat gespeichert, also würde ich sagen, machen wir jetzt beim nächsten Mal weiter. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.